Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. So, heute ist das erstmal letzte Video und zwar auch nochmal zum Testing und zum Kontrollflussgrafen. Und ja, ich möchte vorerst mal ein paar abschließende Worte loswerden. Und zwar, diese Serie ist zwar jetzt erstmal hier fertig, in Anführungsstrichen, aber es gibt natürlich noch unglaublich viel mehr. Mir fallen spontan auch noch 10 weitere Patterns ein, die ich euch noch nicht vorgestellt habe, die aber vielleicht auch gar nicht so wichtig für euer Projekt sind. Erstmal ist natürlich Praxis wichtig, das heißt, es ist wichtig, dass ihr mal selber so ein Projekt macht und auch selber mal euch dran setzt und einfach das Ganze probiert. Einfach nur rumprobieren und dann gibt es natürlich noch sehr, sehr viele erweiternde Kapitel, wie zum Beispiel automatisierte Entwicklung oder sowas. Oder generell zur Softwarewartung oder Software Evolution gibt es ganze Bücher dafür. Es gibt so viel, das heißt, das hier ist quasi die grundlegende Reihe jetzt erstmal und ich werde vielleicht neue Reihen in dem Bereich rausbringen. Ich werde auch vielleicht diese Reihe noch erweitern mit weiteren Videos. Das heißt, wenn ihr weitere Wünsche habt, dann könnt ihr mir die natürlich jederzeit schreiben. Am besten über die Webseite, da gibt es ein eigenes Formular dafür. Aber das Wichtigste haben wir dann nach diesem Video erstmal, würde ich sagen, für die Reihe und dann schauen wir einfach weiter. So, heute geht es wie gesagt um den Kontrollflussgraph. Der Kontrollflussgraph ist ein Graph, der euch helfen soll, nachher Pfade zu identifizieren. Das heißt, ihr habt hier ein relativ kurzes, einfaches Stück Code eigentlich und ihr wollt es jetzt testen. So, jetzt geht es natürlich darum, wie kriege ich eine möglichst hohe Pfadabdeckung. Und dabei soll euch der Kontrollflussgraph helfen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr so ein Ding bauen könnt. So, als erstes Mal haben wir hier einen Startknoten, Endstart und einen Stoppknoten. Das heißt, da sind wir fertig, Endstopp. Ja, und Endstopp, Achtung, wird immer aufgerufen, wenn auch ein Return ausgeführt wird. Das heißt, ein Return ist ein weiterer Pfeil hier runter direkt zu Endstopp. Das heißt, der muss immer der Stopppunkt sein. Auch wenn irgendwo mittendrin im Code ein Return steht, ist das trotzdem der Endpunkt. Das heißt, ihr müsst auf den verweisen. So, und jetzt haben wir hier erstmal den Init-Aufruf, der wird jedes Mal ausgeführt. Das heißt, nach Endstart geht es immer auf Init. Und Achtung, dann geht es auch schon direkt auf i gleich 0. Warum steht jetzt hier i gleich 0? Ganz einfach, weil bei einer Vorschleife, wie wir es hier jetzt haben, in unserem Fall jetzt zum Beispiel einfach, wird jetzt dieses i erstmal initialisiert. Es könnte natürlich noch sein, dass oben drüber irgendein Code ausgeführt wird und das i ein Parameter ist oder sowas. Aber das ist jetzt in unserem Fall einfach nicht so. Ich habe das jetzt hier einfach mal so geschrieben. Das heißt, i wird auch direkt initialisiert auf 0. So, und weiter geht es mit dieser Schleife. Und die Schleife ist im Endeffekt mehr oder weniger ein GoTo und genau das macht dieser Kontrollflussgraf. Er ersetzt Schleifen durch GoTo-Befehle. Also, diese Pfeile sind im Endeffekt GoTo's. So, GoTo bedeutet, ich gehe in eine gewisse Zeile Code. Und das ist jetzt hier erstmal meine Überprüfung. Das heißt, ich kann meine Vorschleife reduzieren auf ein If. Denn wenn i kleiner oder gleich 10 ist, dann wird das Ding ausgeführt. Wir haben es hier oben mit i gleich 0 initialisiert. Das heißt, es kann niemals negativ sein. Eigentlich müsste ich jetzt hier der Vollständigkeit halber noch i kleiner gleich 10 und i größer gleich 0 reinschreiben. Das heißt, hier müsste, ja, hier müsste ich eigentlich noch was weitermachen. Aber okay. Dann nach diesem, also wenn die Bedingung True ist, das habe ich jetzt hier leider einfach platztechnisch nicht reinbekommen. Wenn die Bedingung True ist, dann geht es hier weiter in If A. Wenn dieses A True ist, dann machen wir Do B. Und danach geht es auf jeden Fall weiter mit Do C und I++. Das ist auch wieder von der Vorschleife direkt. Wenn allerdings A falsch ist, gehen wir direkt auf Do C. Dürfte klar sein, oder? Also wenn hier A in dem Code falsch ist, dann machen wir direkt Do C. Ansonsten machen wir eben noch Do B dazwischen. Und das ist im Endeffekt das, was hier ausgedrückt wird. So, und nach Do C, I++ gehen wir immer wieder zurück. Also niemals auf Endstopp, weil wir hier kein Return drin stehen haben. Sondern wir gehen immer direkt wieder hoch in diese If-Überprüfung. Und nur wenn diese If-Überprüfung hier auf False zeigt, dann gehen wir auf diesen Endstopp-Knoten. Das heißt, nur dann sind wir fertig. Ja, und so ist im Endeffekt jeder Kontrollflussgraf aufgebaut. Ihr guckt einfach, was habe ich für Möglichkeiten und wo verzweigt. Und solche Schleifen kann man, wie gesagt, durch diese Pfeiler hier in Go-Tos umwandeln. Also meine letzte Anweisung hier, in dem Fall Do C. Danach gehe ich immer wieder nach oben. Und dann überprüfe ich meine Bedingungen. Und nur wenn die Bedingung auf False geht, gehe ich unter die Schleife. Im Endeffekt wisst ihr das alles. Aber es wird hier halt in diesem Kontrollflussgraf nochmal schön formell dargestellt. Und ja, anhand von diesem Graphen könnt ihr jetzt tatsächlich eine Pfadabdeckung versuchen zu schreiben. Und zwar, gut, i ist jetzt hier vorgegeben. Das heißt, eigentlich habt ihr hier nicht wirklich viele Parameter. Nur a ist ein Parameter. Und in dem Fall ist die Pfadabdeckung tatsächlich sehr simpel. Man hat einfach entweder ein a auf True, das wäre der eine Pfad. Und man hat ein a auf False, das wäre der andere Pfad. Und ja, in unserem Fall ist Pfadabdeckung sehr simpel jetzt hier gewesen. Aber man muss natürlich wissen, wie man zu diesem Kontrollflussgrafen hier kommt. Okay. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal, was auch immer das sein wird. Bis dann. Ciao. Ciao.